Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Namen der Heiligkreuz-Gemeinde in Münster darf ich Sie hier in unserer schönen Kirche ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Thomas Frings, ich bin Pfarrer dieser Gemeinde. Wir haben heute sogar eine doppelte Premiere. Einmal ist das Fernsehen zu Gast, sind Sie bei uns zu Gast in der sonntäglichen Eucharistiefeier, aber auch für die Gemeinde ist es eine Premiere, dass Ihr Pfarrer am Karnevalssonntag einmal hier ist. Als in der Wolle gefärbter Rheinländer feiere ich den Karneval immer in Köln, auch wenn in Münster Karneval gefeiert wird, aber da hat die Gemeinde Verständnis für. Wir wollen in diesem Gottesdienst jedoch nicht über Karneval sprechen, sondern wir wollen Ihnen auch etwas erzählen über unsere Wege, die wir als Gemeinde gehen. Hoch oben an unserem Kirchturm erscheint die Inschrift der Name Gottes, ja, ich bin da. Der, der das von sich sagt, dass er in unserer Mitte ist, der ist auch heute hier bei uns, bei uns in der Feier, die wir jetzt gemeinsam begehen wollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020